Die Schriftstelle von Schriftstellern Die Menschen bitten dich um Hilfe, weil du sie leisten kannst. Ich stehe vor ihnen als Bettler um Hilfe. Du hast vollkommen recht für sie. Was wirkt irgendetwas gegen diese Wirklichkeit? Kann ich etwas für dich tun? Eine Kammer hätte ich gern. Ein Tisch zum Schreiben. Wie können die Menschen in der Erde leben? Der Bräsel hat eine Antwort gefunden. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Mein Mann macht die Präsentationen und lern. Aber seit sechs Jahren nicht mehr in Deutschland. Warum? Ich glaube, wir haben eine freie Europa. Ich glaube daran, dass Grenzen und Pässe eines Tages der Vergangenheit angehören werden. Ich verzweifle allerdings, dass wir das noch erleben werden. Das ist gut. 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 Okay. Du bist.